In dem heutigen Technik-Video geht es um den Zweitakt-Otto-Motor. Hallo zusammen, wir schauen uns heute gemeinsam den Zweitakt-Otto-Motor an und um genauer zu sein, schauen wir uns heute an, wie funktioniert so ein Zweitakt-Otto-Motor und wie ist er aufgebaut, was sind die wichtigen Einzelteile von ihm. Hier habe ich euch mal ein Modell eines Zweitakt-Otto-Motors mitgebracht und als allererstes möchte ich mit euch jetzt mal die verschiedenen Einzelteile klären. Wir beginnen mal hier, dieses blaue Teil, das ist unser Kolben mit den Kolbenringen, der komplett dicht ist und hier in einem Zylinder läuft. Dann haben wir hier unsere Pleulstange. Die Pleulstange wandelt die Auf- und Abbewegung, die ist hier oben locker gelagert, kann somit unsere Auf- und Abbewegung umwandeln in eine Rotationsbewegung und ist verbunden hier unten mit der Schwungmasse bzw. der Kurbelwelle. Die Kurbelwelle wandelt ebenfalls die Auf- und Abbewegung mit Hilfe der Pleulstange in eine Rotationsbewegung um und diese wird weitergeleitet entweder zu unserem Getriebe oder direkt zu unseren Rädern theoretisch. Dann haben wir hier oben das blaue Teil, unsere Zündkerze, diese roten Teile hier an der Seite sind unsere Kühlrippen und hier das komplette Gehäuse. Ihr seht schon, hier stehen jetzt noch ein paar andere Sachen. Ich habe bei einem Zweitakt-Otto-Motor keine Ventile, anders wie bei einem Viertakt-Otto-Motor, sondern ich habe hier einen Einlasskanal, das ist dieser Kanal hier und einen Auslasskanal, das ist dieser Kanal hier oben. Ihr seht, die dürfen nicht auf derselben Höhe liegen, sondern der Auslasskanal muss immer über dem Einlasskanal liegen. Und es gibt hier zusätzlich einen Überströmkanal, den kann man hier jetzt nicht so gut erkennen, der läuft normalerweise hier an der Seite entlang. Den zeige ich euch aber nochmal bei einem anderen Modell. Hier kommt mein Benzin-Luftgemisch rein. Ich habe hier einen Schieber sozusagen, also eine Art Rückschlagventil, das hier nachher auch wieder dicht ist und nichts zurückschröben kann. Ihr seht, wir haben weniger Teile wie bei einem Viertakt-Otto-Motor. Das könnt ihr gerne auch nochmal mit dem Viertakt-Otto-Motor vergleichen. Dazu könnt ihr gerne das andere Video euch nochmal anschauen. Nun, das waren die Einzelteile. Jetzt kommen wir zur Funktion des Zweitakt-Otto-Motors. Nun kommen wir zu der Funktionsweise des Zweitakt-Otto-Motors. Diese Funktionsweise ist deutlich komplexer und schwieriger wie bei einem Viertakt-Otto-Motor oder wie bei einem Dieselmotor, denn hier passieren oft mehrere Schritte zeitgleich. Und die möchte ich mit euch jetzt erstmal klären. Erster Takt. Verdichten und Ansaugen. Der Kolben bewegt sich vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt, das heißt von der untersten Stellung, das ist immer der untere Totpunkt, zur obersten Stellung des Kolbens, der obere Totpunkt. Dabei wird der Auslasskanal verschlossen und der Überströmkanal. Sobald diese verschlossen sind, wird hier oben das Luft-Gas-Gemisch, was hier drinnen ist, verdichtet. Das heißt zusammengedrückt. Zeitgleich öffnet sich der Einlasskanal und Luft-Gas-Gemisch kann hier hereinströmen in diesen unteren Bereich. Das heißt hier oben haben wir jetzt schon verdichtetes und hier unten noch unverdichtetes Luft-Gas-Gemisch. Wichtig, diese beiden Kammern sind in diesem Moment voneinander komplett getrennt. Wenn der Kolben ganz oben angekommen ist, wird durch die Zündkerze das komprimierte, das zusammengedrückte Luft-Gas-Gemisch gezündet. Der zweite Takt. Arbeiten, überströmen und auslassen. Hier passiert jetzt wirklich viel. Durch diese Zündung dehnt sich das Luft-Gas-Gemisch aus und drückt den Kolben nach unten und zwar mit Power. Dabei wird mein Einlasskanal verschlossen. Das heißt hier kann kein neues Luft-Gas-Gemisch mehr eindringen nach hier unten. Und das Luft-Gas-Gemisch, was hier unten ist, wird, man sagt dazu, vorverdichtet. Das heißt, es wird hier, der Raum wird wieder kleiner. Es wird bereits hier unten schon etwas zusammengedrückt. Wenn der Kolben weit genug unten ist, öffnet sich das Auslassventil. Das bedeutet, hier kann jetzt das verbrauchte und bereits gezündete Luft-Gas-Gemisch ausströmen und es öffnet sich zeitgleich der Überströmkanal. Hierbei kann dann neues, frisches Luft-Gas-Gemisch nach oben strömen. Ihr seht, der Einlasskanal ist hier immer noch geschlossen. Das heißt, das vorverdichtete Luft-Gas-Gemisch von hier unten kann nun nach oben strömen. Anschließend bewegt sich der Kolben wieder nach oben, verschließt erst den Auslass- und den Überströmkanal, denn das Gas, was hier unten war, ist jetzt nach oben gelaufen und verdichtet das Gas hier weiter, bevor hier unten wieder neues Gas einströmt. Das war mal bei einem ersten Modell. Mit dem Überströmkanal kann man hier nicht so gut sehen, deswegen habe ich euch noch ein zweites Modell mitgebracht. Hier haben wir wieder den Zweitakt-Otto-Motor. Ich habe jetzt hier nur einen sehr engen Ausschnitt gewählt, das heißt, den Bereich hier unten, wo wir die Vorverdichtung haben, den lasse ich erstmal grob weg, denn es geht mir hauptsächlich um diesen Bereich und diesen Bereich. Im ersten Takt bewegt sich der Kolben von unten nach oben. Ihr könnt hier jetzt schön sehen, das hier ist der Überströmkanal, dabei ist der untere Bereich und der obere Bereich miteinander verbunden. Es strömt Gas, Luft-Gas-Gemisch von hier unten nach oben und hier theoretisch wieder raus. Das heißt, das Gas, was hier ist, wird hier rausgedrückt. Dabei, während der Kolben nach oben geht, wird der Überströmkanal geschlossen und der Auslasskanal. Der Kolben bewegt sich weiter nach oben, bis es soweit ist, dass hier der Einlasskanal langsam aufgeht. Bei dem anderen Modell lag der Auslass- und der Einlasskanal auf zwei verschiedenen Seiten. Es gibt aber auch Zweitakt-Motoren, wo die auf derselben Seite liegen. Einlasskanal öffnet sich. Es kann hier Luft-Gas-Gemisch nach unten eindringen, in den unteren Bereich, aber er kann noch nicht nach oben, denn hier ist komplett zu. Hier kann er nicht raus. Das Luft-Gas-Gemisch, was vorher bereits hier drin war und vorkomprimiert, wird hier weiter zusammengedrückt. Das geht so lang, bis der Kolben am oberen Totpunkt ist. In dem Moment, wenn der Kolben am oberen Totpunkt ist, gibt es hier ein Funken, die Zündkerze zündet das Luft-Gas-Gemisch und wir kommen zum zweiten Takt. Der Arbeitstakt, der Überström- und der Ausström-Takt, das gehört alles zusammen. Mein Zylinder wird nach unten geschlagen. Er bewegt sich nach unten. Das Einlassventil wird nun verschlossen. Bedeutet, nun sind alle Kanäle zu. Das Gas, was hier unten ist, wird vorverdichtet, denn der Raum wird weniger. Der Kolben geht nach unten und das Gas hier oben kann sich ausbreiten nach der Explosion. Das geht so lang, bis der Auslasskanal geöffnet wird. Hier unten ist immer noch alles vorkomprimiert und der Überström-Kanal wird ebenfalls geöffnet. Jetzt strömt hierüber frisches Luft-Gas-Gemisch, also unser neues Benzin mit Luft zusammen, hinein und drückt das alte verbrauchte Gemisch, was hier noch drin ist, zu unserem Auspuff raus. Das heißt, das nennt man Spülen, indem er hier quasi das Alte nach außen drückt und das Neue durch den Überström-Kanal reinlaufen kann. Bis zum unteren Totpunkt, dann kommen wir wieder. Das Gas, was hier unten war, wird nach oben oder ist nur nach oben geleitet worden und wird nun wieder verdichtet. Es werden wieder alle zugemacht. Wir haben wieder die Verdichtung. In diesem Moment kein neues Benzin-Gas-Benzin-Luft-Gemisch hinein und hier oben haben wir wieder die Zündung, bis es sich wieder nach unten bewegt. Ihr seht, ich brauche keine Ventile, sondern das Ganze macht quasi nur mein Kolben, der öffnet und schließt. Was wir gut sehen können, ist, dass unser Gas in diesem Fall überall zu finden ist. Also egal wo im Kolben, überall kommt mein Benzin- oder mein Luft-Gas-Gemisch, mein Benzin-Luft-Gemisch hin. Deshalb kann ich keine hermetisch abgeriegelte Ölwanne unten reinmachen. Daher wird in mein Benzin und Luft, was hier reinkommt, noch zusätzlich Öl dazu gemacht. Öl verbrennt sehr schlecht und gibt auch diesen typischen Gestank, was ihr von Zweitakter vielleicht kennt, was bei Kettensägen, Rasenmähern oder früher noch die alten Rollern gern eingesetzt wird. Aber dazu erfahrt ihr gleich mehr auch in den Vor- und Nachteilen. Ich habe euch zusätzlich, da ich das hier jetzt nicht so schön animieren konnte, mit verschiedenen Farben unten in den Text einen Link reingestellt, wo nochmal auf einem anderen YouTube-Video das Ganze mit verschiedenen Farben und nochmal schrittweise auch erklärt wird, wie das Ganze mit den Zweitakten funktioniert. Denn das ist wirklich ein sehr komplexer Vorgang, wo viele Sachen parallel und zeitgleich ablaufen. Das war jetzt der Aufbau eines Zweitakt-Otto-Motors mit den einzelnen Teilen und die Funktion eines Zweitakt-Otto-Motors. In einem weiteren Video habe ich euch die Vor- und Nachteile nochmal aufgeführt von diesem Motorentyp. Und in einem dritten Video habe ich diesen Motor hier zerlegt, habe eine Demontageanalyse gemacht und mal geschaut, wie weit ich den auseinandernehmen kann. Diese beiden Videos habe ich euch auch verlinkt, die könnt ihr euch gerne anschauen. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.